19. Entfernen Sie den Bremsenkabel, den Befestigungsschrauben. 20. Befestigen Sie die Bremsscheibe. Den Nr. H7. 20. Entfernen Sie die Bremsscheibe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 4. Schrauben Sie die Befestigungselemente des Stoßdämpfers. 5. Schrauben Sie ihn die Befestigungselemente des Stoßdämpfers. 7. Schrauben Sie die Befestigungselemente des Stoßdämpfers. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 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 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc App kaufen. Ersatzteile können Sie bei uns auf der Autodoc App machen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 20. Verwenden Sie Stecknuss Nr. Verwenden Sie Stecknuss Nr. Ziehen Sie die Geboter euer專�kig. 20. Verwenden Sie Your Прotto Erшь深ISH Nr. Tecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Entfernen Sie die Stoßdämpferung. 16. Entfernen Sie die Bremsschein zu verschwenden H7. 17. Achseln Sie den Stoßdämpferung. 9. Schrauben Sie die Befestigungselemente auf den Bremsen-Hauspferen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 20. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 30. Schrauben Sie die Rahmen der Befestigungselement an den Drahtbürste. 31. Reinigen Sie die Befestigungselemente der Befestigungen. AUTODOC empfiehlt, dass du mit dem Stoßdämpfer anstattest. 3. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. 4. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 5. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 6. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 7. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H7. 8. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Vielen Dank fürs Anschauen! Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.